Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Alles ganz nett hier. Im siebten Gang gehen wir ab wie die Luzi. So, vorsichtig. So, hier schön rein. Jetzt muss ich gucken, wie ich das am besten mache. Ich weiß nicht, wie groß der Wendekreis von diesem kleinen LKW hier ist. Deshalb probieren wir drüber studieren. Und stopp. Genau. So. Sehr gut. So. Und rückwärtsgang rein. So, vorsichtig. So. So, vorsichtig weiter. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Angedockt. Ja, viele Punkte werden es dafür nicht mehr geben. Ist ja auch kein Problem. Wir möchten aber weiterfahren. Zack, direkt. So eine Geschwindigkeit aufgebaut. Wahnsinn. Rechts. Wir fahren links. Rechts. Links. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ohne Trailer unterwegs sind, muss ich höllisch aufpassen, weil das Ding geht natürlich ab wie die Luzi. Ich gebe hier nur mit dem dicken C Gas. Wenn ich mit dem zweiten C dazukomme, wäre das schon das. Also, das ist echt ein bestialisches Tier, das Ding. Und ohne Ladung im zwölften Gang anfangen, oder einfach mal nicht die Kupplung drücken, er geht einfach nicht aus. Das ist immer Druck hinter. Das ist das Schöne an diesem LKW, finde ich. Egal in welcher Lebenslage, er hat Power. So. Dann gucken wir da mal, was es in der Werkstatt so für uns gibt. Erstmal eine Wartung, natürlich, damit alles wieder fit ist. So, da gibt es nichts. Da gibt es nichts. Motoren. Haben wir den 1000 PS Motor mit 10.000 Newtonmeter. Hier gibt es noch ein anderes Getriebe. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Achso, mit Retailer, glaube ich. Oder Retailer, oder wie es heißt. Mal eine andere Lackierung aussuchen. Nehmen wir mal das Schwarze hier. Sieht auch ganz cool aus. Oh, die schweben ja alle in der Luft. Das sieht ja total behindert aus. Ja, können wir knicken. Eigentlich schade. Die schweben dann auch in der Luft. Türgriffe verchromt. Die sehen gar nicht so verkehrt aus. Genau wie diese hier. American Wheels. American Dream. Die sehen auch geil aus. Die sehen nett aus. Hier, Petable Chrome. Boah. Das sind doch mal Reifen. Die sehen noch geiler aus. Welche sind das? Die hier. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das steht auch so pervers lange ab. Das ist doch behindert. Dann passt das doch gar nicht mehr zum LKW, finde ich. Das ist eigentlich sehr schade. Was ist das? Grundstoff. Kann man auch nichts dran machen. Okay. So sieht der noch nice aus, oder? Ist meiner Meinung nach ein Foto wert. So. Bisschen aufgerüstet ist er. Das heißt, wir fahren, wie gesagt, weiter mit ihm. Frachtmarkt. Von Rostock aus. Oh, so weite Strecken nur. Wie sieht's mit Kiel aus? Von Kiel nach Dortmund. Eine Stunde läuft es ab. Schaffen wir es von Rostock nach Kiel in einer Stunde? Wir probieren es einfach, Leute. Kommt. Wir versuchen es zu schaffen. Wir sind GamerTV-Liefer-Service. Und von daher werden wir es locker schaffen, glaube ich. Das sind noch 212 Kilometer, die wir fahren müssen. Vorsichtig Gas geben. So, nur noch 190 Kilometer circa. 169 kmh hätten wir eine Getriebe-Mod wie ein YouTuber schrieb. Wäre da wahrscheinlich noch mehr drinne. So, hier müssen wir runter. Wo war da die Logik gerade? Der biegt da ab. Dann fährt dann geradeaus weiter. So, auf geht's. Wow. Fuck, war das knapp. Ist echt gefährlich, mit diesem LKW so schnell zu fahren. Ich sag es euch. Don't try this at home. Und das sowieso nicht. Ah, pach. So, mal kurz 2 LKWs auf einmal überholen. Ist ja Wurst. Für uns. Kein Problem. So, noch 136 Kilometer. Das ist ein Klacks. Das schaffen wir, oder? Das sollte doch machbar sein. Das ist ja voll die Lichterdisco hier. Wow. 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 Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich hier niemanden ramme. Okay. Machen schon mal das Licht an. Wir haben so 18 Uhr circa. Soll noch nichts heißen im Sommer, aber hey. Immer vorsichtig sein, ne? Hier überholen ist echt kritisch. Hier nicht mehr. Sowas wäre eigentlich privat geil. Für, ähm, Autobahnen. Weil damit rechnet niemand. Damit rechnet einfach keine Sau. Dass dieses Auto, äh, Entschuldigung, ich korrigiere. Dieser LKW 1000 PS. Aber, wir müssen auch mal schlafen, sehe ich gerade. Weil sonst klappt das zeitmäßig. Zwar locker, aber wir schaffen es nicht. Das würde nicht gut gehen. So. Wir schauen mal im Frachtmarkt nach. Oben in Kiel, was es Neues gibt. Hoch. Oh, guck mal. Im Vereinigten Königreichen waren wir auch schon lange nicht mehr. Ich würde aber liebsten da hochfahren, nach irgendwo. Da hoch, genau. Achso, das kann man nicht anklicken. Da fühlt es vor allem also weg. Nach Mais. Ne, ne, ne. Ah, wusstet ihr, das ist ganz oben links. In Glasgow. Bringt auch nicht so wirklich die Welt. So, was sagt denn Kiel? Kiel sagt das hier in 19 Stunden. Kriegen wir das denn, Leute? Ja, ne? Halt. Halt. Ab geht's. Vorwärts, los. Schöner Drift. Schön mit Fernlicht fahren. Nicht, dass wir ein Reha wischen oder so. Oh, das fand ich eigentlich ganz cool an Scania Truck Driving Simulator. Diese Simulation, wo man trainieren konnte, ob man rechtzeitig bremst und so. Sehr gutes Manöver, ja, sehr gut. Vor allen Dingen habe ich den Blitzer gesehen. Das ist ja noch schlimmer. Mal den Kopf zu. So, 37 Kilometer noch bis Kiel, glaube ich, waren es. Das ist ja ein Klacks, das ist ja gar nichts. Die erreichen wir am Schlaf. So, das wird ja auch wieder hell. Sehr gut. Sparma Batterie. Ja, 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 ja. Diese Fahrmanöver, die sind so gefährlich, Leute. Das ist echt nicht schön. Ach, hier haben wir eine Ampel. Guckt an. Hoppala. So, rechtzeitig zum Stehen gekommen. So, wir stehen. Vor allen Dingen ist das eine Konzentration bei der Hitze. Zack, schon 30 Gamma auf der Uhr. Und tschüss. Soll uns ein LKW mal nachmachen, oder? Ich finde es ja auch schade, dass der Super-PS-Mod nicht vom Scania-T-Modell funktioniert hatte. Der lag ja dann auch roundabout bei 1000 PS. Die Frage ist gerade, was liefern wir überhaupt? 13 Tonnen. Ein Klacks. Die Lieferung war im Schlaf. So, vorsichtig. Auch 1000 PS im Rückwärtsgang sind gefährlich. Zack, angeduckt. Achten gegangen. Und gib ihm. So, 23 Stunden haben wir Zeit. Das sollten wir schaffen. Das war ein bisschen noch im Stadtgebiet, sehe ich gerade. Naja. Ach, dann fahre ich ja jetzt genau richtig. So 73 circa. So, schön aufgefangen. Eieieiei, der schleppt das weg. Wahnsinn. So, Richtung Autobahn fahren wir, genau. Einfach mal so spontan Richtung die Autobahn lang. So, zack. Ähm. So wollte ich es eigentlich haben. Ah, wir haben schon grün. So, das留ge. So, wie ist es.